Ja, hallo. Ich bin Astrid Kort und mein Thema ist Vielfalt und Integration. Ich finde, das ist die Herausforderung unseres Jahrhunderts wahrscheinlich. Wie geht es weiter, wenn wir die Globalisierung in Menschen sozusagen personifiziert haben? Also alle sind da und jeder ist Teil des Ganzen. Und meine These ist, dass wir nur über die Wahrnehmungsfähigkeit, über die Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit überhaupt zu einer Einheit werden können. Ich finde, dass jeder eben Teil des Ganzen ist. Alle gehören dazu und da soll keiner ausgeschlossen werden, weil er ist ja auf die Welt gekommen. Also er ist ja da, um da zu sein. Und wenn wir weiterhin Menschen ausschließen, weil sie nicht in ein Schema passen, dann tun wir uns allen überhaupt gar keinen Gefallen und so kommen wir als Gesellschaft vor allen Dingen nicht weiter. Ja, also ich beschäftige mich mit dem Thema Integration seit über 20 Jahren. Mein Sohn ist schwerbehindert, er ist Rollstuhlfahrer und durch ihn wurde ich gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen. Und habe das eben auch aus seiner Sicht mitbekommen. Natürlich auch aus meiner Sicht des Fußgängers sozusagen. Und in letzter Zeit kamen eben auch noch viele Geflüchtete dazu. Es hat mir total viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und dieses von Frau Merkel, dieses Wir schaffen das, ich weiß, das ist zu schaffen. Und ich würde ihr sofort zustimmen und sagen so, ja, wir schaffen das. Das kriegen wir auch hin, aber wie? Und das ist ein Thema, was mich einfach total umtreibt. Und ich denke, ich habe eine total gute Lösung, wie man das schaffen kann. Jeder einzelne von uns. Ich denke, ich denke, ich habe eine gute Lösung.